Nutzen sie die Gnade Gottes auf ihrem Leben in angemessener Weise, Simson war ein Naziräer Gottes, der speziell geschaffen wurde, um den Israeliten als Befreier zu dienen, Simson war ein Naziräer Gottes, der speziell geschaffen wurde, um den Israeliten als Befreier zu dienen. Er versagte jedoch bei Gott und konnte sein Volk nicht absolut von den Philistern, ihren Unterdrückern, befreien. Samson verlor den Fokus als israelitischer Führer, er führte keine einzige nationale Schlacht gegen die Philister, aber er kämpfte einige zersplitterte Kriege gegen sie. Unterdessen flirtete Samson mit den Frauen der Philister, und er weigerte sich, jemanden aus seinem Heimatland zu heiraten. Seine Leidenschaft und sein Interesse blieben bei den Philisterfrauen, und er griff die Philister nur an, wenn sie sich in sein Liebesleben einmischten. Traurigerweise kannten die Anführer der Philister Samsons besonderes Interesse an verbotenen Frauen, und sie waren entschlossen, seine Schwäche auszunutzen. Sie setzten ihre Frauen ein, um Samson Fallen zu stellen. Damit er gefangen und zur Hinrichtung vorbereitet werden konnte. Die Philister hörten Samsons Frau, Delilah, die ebenfalls Philisterin war, an, um das Geheimnis von Samsons Macht zu ergründen. Die Schrift berichtet, sie bedrängte ihn täglich mit ihren Worten und drängte ihn, so dass seine Seele zu Tode gequält wurde, Richter 16 Uhr und 16 Minuten. Schließlich fiel Samson auf den Trick herein, und er verriet das Geheimnis seiner Stärke. Samson sagte zu Delilah, kein Rasiermesser ist je über mein Haupt gekommen. Denn ich bin seit dem Schoß meiner Mutter ein Nasiräer Gottes gewesen. Wenn ich rasiert bin, dann wird mich meine Kraft verlassen, und ich werde schwach werden und wie jeder andere Mann sein, Richter 16 Uhr und 17 Minuten. Da Samson sein Geheimnis preisgegeben hat, haben die Feinde nicht gezögert, ihn zu rasieren. Sie haben ihn verhaftet, ihm beide Augen ausgestochen, und der Rest ist Geschichte. Samson starb schließlich im Lager seiner Feinde. Lektion Kinder Gottes müssen sich davor hüten Die Gnade Gottes in ihrem Leben zu missbrauchen Es ist Gottes Aufgabe, uns mit Gnade auszurüsten, aber es ist unsere Aufgabe, die geschenkte Gnade zu erhalten. Wir müssen sicherstellen, dass wir Gottes Gnade angemessen nutzen und sie in Moden kanalisieren, die Gott verherrlichen. Es hat Konsequenzen, wenn wir dem unangemessenen Gebrauch von Gottes Gnade und seinen Talenten folgen. Deshalb müssen alle Diener Gottes darauf achten, Gott in ihren Aufträgen zufriedenzustellen. Das Gebet Lieber Gott, bitte lass nicht zu, dass ich deine Gnade in meinem Leben missbrauche. Hilf mir, mich zu fürchten und alle deine Anweisungen sorgfältig zu befolgen, damit ich im Leben und im Dienst gedeihen kann. Ich bete auch, dass du die Pläne aller Feinde vereitest, die darauf abzählen, deine Gnade in meinem Leben zu sabotieren. Lass meine Feinde scheitern, lass mich dir gut dienen und lass mich in diesem Leben und auch im Himmel deine gute Belohnung erhalten. Denn im Namen Jesu Christe stelle ich meine Bitten. Im Namen Jesu Christe erbitte ich.